Oh, ist doch schön hier. Oh, das kann man so lassen. Hier nochmal. Das Glas nehme ich auch nochmal weg. Ja, das ist doch schön. Mir gefällt's. Ähm, was haben wir jetzt alles? Okay, das nächste Bauprojekt wäre dann da hinten mein Garten. Oh, ich geh jetzt mal pennen. Oh. Vielleicht sollte ich die Decke ziehen. Dann hätte ich wahrscheinlich auch weniger Probleme mit irgendwelchen anderen Zeug. So. Die dann von draußen kommen. Was ja an sich nicht gerade schön ist, wenn die das tun. Und es sollte eigentlich... Ich dachte, da wäre gerade was, aber das war der Mond. Glaube ich. So. Das hätten wir nochmal alles. Ja, schön. Mir gefällt's. Äh, ne? Ich muss dann schauen, wie ich das mit der Fassade dann draußen mache. Vor allem, wenn ich dann, äh, zum Beispiel Fenster einbauen will. Fenster oder halt hier mit der Tür auch. Hm. Ja, ich glaube, ich lasse das so, dass man das mal wirklich als unterirdischen Eingang ansehen kann. Ja. So, dann fang ich mal hinten mit dem Bau an. Obwohl, ich wollte ja... Ach, verdammt. Verdammt. Ich wollte ja eigentlich noch was bauen. Und zwar, äh, hier runter sollte es dann, ähm, meine, meine Standard, äh, Steinabbaugrube geben. Ich glaube, das mache ich jetzt mal kurz schnell. Äh, äh, äh. Die brauche ich wieder. Verdammt. Äh, ha, 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 ha. Aber ich glaube, das mache ich ganz einfach. So. Oh, da ist noch was. So, dann mache ich jetzt einfach... Äh, wop. Ah. Mist. Ding. Kotzt es mich an. Ähm, hm, hm, ne. Den so. Äh, so. Äh, dass ich es ganz einfach dann hier hin baue. Und hier dann der Eingang dazu ist, ohne großartig hier jetzt rumzubuddeln. Und so. Und so. Ich hoffe, ich treffe dann hier nicht zufällig auf irgendetwas. Das ist Wand. Das ist Wand. Ne, wenn ich auf der Höhe bleibe, dürfte ich eigentlich auf nichts stoßen. So, machen wir hier nochmal so eine Art Übergang. Na. Also, was heißt Übergang halt? Das gehört noch zu, zu, zu meiner Hütte. Und hier fängt dann sozusagen die Ausgrabungsstätte an. Ähm. Dann gehe ich auch einfach in die Richtung. Eins. Zwo. Ja. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Manchmal wünsche ich, ich könnte echt sehen, wie ich hier gerade sitze und einfach nur wie es, wenn ich mich selbst verarscht hätte, gucke. Eins. Vier. Eins. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Gewissermaßen habe ich auch jetzt die Hoffnung, dass ich, ähm, auf, äh, Eisen stoße. Drei höchst, äh, drei mindestens. So. Drei. Vier. Fünf. Ahem. Das heißt, dass ich auch auf jedem Stockwerk, äh, mindestens eine Werkbank haben. Von da hin. Ähm, Steine habe ich ja jetzt genug. Eins. Zwo. Eins. Zwo. Drei. So. Her damit. Und ab geht's wieder runter. Damit ich wenigstens sozusagen den ersten, ersten Bereich ich fertig habe. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Sechs. Sieben. Acht. Und immer noch kein Eisen. Fackel. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. So. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Fackel. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Eins. Zwo. Drei. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben. Acht. Gut. Gut. Jetzt hier den ganzen anderen Dreck noch raushauen. Dann dürften wir eigentlich schon wieder zu viel Koppel ein so gesehen haben. Naja. Lieber zu viel als zu wenig. Ne. Ich glaube wir haben es gerade dunkel. Weil ich habe zumindest so ein paar Skelette gehört. Ich bin auch noch alleine. Schöne Musik. So. Gleich fertig. Ein bisschen langwierig und so. Ich weiß. Mir fällt auch gerade nichts an zum Reden. Obwohl ich manchmal echt Themen im Kopf habe. Das glaubt ihr nicht. Das größte Problem was ich auch habe. Zum einen was die Spielerschaft interessiert. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch. Was darf ich denn alles sagen. Ich meine. Ich habe hier aber nicht 3x3. Wie sieht es denn eigentlich hier von außen aus. Ja. Wie einfach nur. Äh. Halbbeschissen hochgezogen. Kommt auf Vollständigkeit. Aber. Damit ich dann später beim. Äh. Beim Fassadebau. Weiß. Wo was ist. Und so. Äh. Ja. Beim Einbauen schlage ich noch runter. Habe ich Setzlinge? Habe ich nicht. Hm. Verdammt. Scheinbar gehen doch nicht alle Setzlinge in den Boden. Das ist ehrlich gesagt schlecht. So. An sich. Oh. Nein. Nein. Ach. Ich habe ja nur. Äh. Im Treppenhaus habe ich ja nur 2. Äh. In diese Richtung jetzt. Und fällt. Nur noch die ganzen Tiere hinkriegen. Bäh. Das wird echt wie eine Arbeit sein. Wehe. Meine Schweine verarschen mich. Wehe. Die Schweine verarschen mich wieder so wie beim letzten Mal. Dann gibt's. Haue. Gibt es. So. Muss ich mal kurz überlegen wie ich das machen wollte. Ich könnte einfach äh. Ähm. Das Fenster wechseln und ich sehe es dann. Ich wollte mal eins. Na vielleicht. Kurz überlegen. Ob ich das vielleicht noch ein bisschen modifiziere. Jetzt mal Schlückelchen nehmen. Ähm. Wie habe ich es denn hier? Im Ausgang. Ah ja. Okay. Die Tür. Vielleicht mache ich hier auch so ein kleines stilles Kämmerlein. Das sind zum Beispiel was ich. Samen hinkommen oder. Solches Gezeug halt. Aber halt auch einfach so eine Art Übergangsraum. So ein kleines. Äh. Drei hoch. Dann machen wir drei hoch. Nicht wundert, dass es vielleicht unterirdisch ist. Das hat alles auch Sinn und Zweck. Äh. Den brauchen wir nicht mehr. Was brauchen wir? Oh. Wieder Wände hochziehen. Nein. Ich hasse Wände. Ach ne, den brauchen wir nicht. Da kommt ja die Tür hin. Ja, da kommt die Tür hin. Ihr habt es richtig gehört. Ich brauche dann noch eine Druckplatte. Dorthin. Dorthin. Und. Und den ganzen Mist hier rausruppen. hoch. Eins, zwei, drei. Verdammt. Nicht genug. Na gut. Können wir uns erstmal da noch um. Na. Und den Boden. Hat perfekt gereicht. Muss ich sagen. So. Ach Mist. Ich habe ja nichts mehr. Ich habe ja auch kein Holz mehr. Ach doch. Moment. Eine Spitzhäger kann ich mir wenigstens bauen. Eins, zwei, drei. Spitzhäger. Zwei, drei. Risiko. So. Dann brauche ich. Wie mache ich denn die Tür hin? Ja. So wie halt die Eingangstür. Mache ich sie einfach. Schon wieder dunkel. Bäh. Dumme Sonne. Hallo. Alter. Das ist auch noch nicht ins Deutsch übersetzt. You can only sleep at night. Aber das sollte bestimmt irgendwie gehen. Auch wenn man das halt selbst macht. Mal umgucken. Keine bösen Monster in der Nähe. Hm. Was ist die hier nicht spawnen? Ah. Bevor die weggehen. Setzlinge. Hör damit. Ja da fällt mir ein. Ich habe ja ein bisschen länger nicht nach meiner Installation geguckt. Einfach mal. Hihi. So Installation fertig. So mal schauen. Ich glaube nicht dass das reicht. Ich brauche wesentlich mehr. Weil ich auch noch viel viel Zaun bauen will. Brauche noch Gravel brauche ich noch. Ach du Scheiße Alter. Und ich brauche Eisen. Wo war nochmal die eine Höhle? Ihr wisst bestimmt welche ich meine. Ich gehe da mal diesem Eis mal etwas tiefer. Ich habe ja ein paar. Habe ich eigentlich noch Essen? Habe ich noch. Sehr schön. Ich gehe da mal wirklich rein. Gucke mich da ein bisschen um. Ich sammle wirklich nur drei Eisen. Maximal acht. Dann reicht auch eine Kohle dafür. Juhu. Hm. Ähm. Was umdunzen? Was war das? Ich weiß hier muss die irgendwo sein. Oh, das ist eine andere.